Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ich reagiere heute mal auf Cringe-TikTok. Genau, ich glaube alle, die TikTok kennen und viel auf TikTok unterwegs sind, wissen, dass TikTok eigentlich eine Cringe-Plattform ist, habe ich so das Gefühl. Genau, und Antonia hinter der Kamera hier hat mir jetzt mal ein paar TikToks rausgesucht und ich werde mir die jetzt mal anschauen und darauf reagieren. Also ja, ganz viel Spaß beim Video. Dann, let's go! I'm pretty? It's just a lie. I just have the beauty filter on. I'm gonna take it off now and show you guys the real me. This is me, guys. Love it or leave it. It looks like a scene. Oh my God. Okay, it's like a scene. Oh, this is rude. Or really. Der Hund, war das ein Hund? Wie groß war der bitte? Oh man, der Arme. Ui. Oh man ey, ich verstehe diesen ganzen, diesen VSCO-Girl-Trend. Ich komme da nicht mit. Alle immer mit. Ich hatte halt schon ganz lange diese Scrunchies irgendwie. Weil ich habe dich früher immer als Hargummi benutzt und jetzt ist irgendwie zum Trend geworden. Und bloß so broke. Und dann know. Oh man, die steht ... Und dann watch das ... Hä, ich check das nicht. Das sieht voll gruselig aus. AAAAAA! EEEEEE Sie scheint mir zu sein, aber es ist mir. EEEE 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 I look fresh off the runway. EEEE I go crazy as a dumb way. EEEE You wanna be like me someday? Well get more of it! Auf jeden Fall. Oh yeah, you're a good job. Who dropped a high chrome plans, and I know better it's good! Who dropped a high chrome plans? Ja, oder was ist diese Wasserflasche? Ich war, ich war, ich war auch, ich war, ich war auch voll gern auf so ner Cornenschule, irgendwie. Immer diese amerikanische Schulen. Mhm. Ja. Okay. Where is Ashley? She has her shoes. I heard a new bitch was lookin' for me. Sie macht den! Was ist das? Periode Wie ist das? Ich bin der einzige, wenn ich einen Bicyclist sehe Ich denke, was wenn ich einfach fange... Ja? Ja! Oh mein Gott! Ich hatte jetzt auch mal mit einer Kontaktgläser. Das ist nicht okay. Oh mein Gott. Oh Mann, der Arme. Wie süß der zum Schluss war. Letztes Halloween habe ich probiert, so Kontaktgläser reinzumachen. Und auch mit diesem Ding, ich habe einfach so zwei Stunden gebraucht. Ich wollte auch immer ein Schwein haben früher. Aber mein Eltern meint nein. Voll süß. Oh mein Gott. Ich würde die so, oh mein Gott. Wenn jemand das mit mir machen sollte. Ciao. Das Video ist, dass die Leute tröten water bottles. Können sie tröten Gatorade? Was? Ich bin nicht... Simon, du kannst... Du kannst das nicht machen. Das ist wirklich so... Was? Die Arme. Oh mein Gott. Die Arme, was das? Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I'm going wrestling. Ich könnte echt so um drei und acht sein. Oh mein Gott. Hey guys, she's coming back from dance class. Michael, what are you doing in my room? Why'd you lock the door? Making my girlfriend question why she's dating me? Part 10. Baby, do you want me to spill the tea? Yeah. What is wrong with you? What is wrong with you? What is wrong with you? Stop, 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 stop! Oh nein. Oh nein. Oh nein, es geht doch nicht gut aus mit dem Hund. Oh nein. Oh nein, wie süß. Aber irgendwie. Oh nein. Oh nein. Hm? 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 Wenn man auf eine Nachricht wartet, aber irgendwie. Das ist ein süßeser Hund, ne? Hey guys, I'm gonna teach you how to do an eagle ponytail. Just take your ponytail and split it into two, so you have like two eagle wings. And then... So petting your dog can be the most relaxing things in the entire planet. Like, it's just something so calming about it. Like, I just love it. Ah, foine! Der Hund, der sieht verguselig aus. Und dann so... Ja, weil er sagt doch, the most calming thing about petting your dog. Der weiß so... Ah, foine! Das ist das Mädchen, das sich hinüber... Ja, das verstehe ich. Ach so, da hat sie jetzt nicht... Ah, ja, sie hat am Anfang gar nicht da rein. Nee, nee. Ach so, da war so... Ach so, da hat sie mir... Oh mein Gott, die regt mich so krass auf. Oh mein Gott, ich hasse sie. Guck die mal. Ich fasse... Guck mal... Okay, so I gotta show you guys something really cool watch this It's all magnetized and it literally I just walked through the door and it shuts behind me because of the magnet Why And I'm completely in a blind And I'm completely in a blind I got my ear to pay I got my ear to pay Hi guys, I just wanted to let you all know that I literally started crying because I didn't know that I could talk with my mouth like that And I'm so scared because it literally doesn't look like I'm talking and I'm not sure how I'm doing this But it's literally the scariest thing I've ever seen in my life Wie geht das? Hi Leute, I'm Staliana Hi Leute, I'm Staliana Hi Leute, I'm Staliana I'm going to get a good Alter, I'm grudelig Why are people so afraid of Monday mornings? Monday morning Monday mornings Monday mornings Oh my god Monday mornings Monday mornings Oh my god Ariana Grande Oh, I'm such a big fan Do you have any advice? Here's some damn tea you can put in that hydroflaster You shall next wear an ass bitch If I catch another motherfucker saying some sk 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 type shit I'mma sk 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 my foot up that ass Try and stay and I'll open my foot in that esophage Sk 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 Ich hab halt letztens wirklich so zwei Mädchen gesehen Die waren am cool am Balles Und die haben auch so so Hier überall so scrunchies gehabt Dann auch diese Muschelkette Und dann ähm Haben die wirklich so Also die haben dann wirklich so sk 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 Echt? Ja, ich glaub die meinten das wirklich ernst Aber es war so Warum sagt man das denn? Ja, weiß ich nicht Sagt einfach die haben einfach so So sk 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 Also so unsinn Echt komisch Hi dad Hi baby I am recording this Because I want your reaction Okay I have some serious news to tell you And I don't know if you're gonna be mad or not What? I'm pregnant I took some e-boy went like this and then I just found out I was pregnant We got these rainbow Oh, der hat so Vor allem auch noch mit dem Messer in der Hand Man sagt, der hat so We got these rainbow flavored sprinkles Rainbow Sprinkle This is a sprinkle one Oh my god, it tastes just like a sprinkle Does it really? Really, it tastes like a sprinkle Is it good? Yes We got these water flavor straws Yeah, that's auch gut Aber man stellt sich so in der Zimmer und dann so Hä? Who else is in der Oh, haha It's my parents Hey Bist doch die gleiche, oder? So apparently you can end a FaceTime call If you have AirPods in And slap your forehead twice Really fast Do you think they actually sell staples here? Yes Do you know what this means? Do you know what this means? Do you know what this means? Der cringige Tik Tok Dann, ähm, ja Gebt den bitte einfach oben Und schreibt es unbedingt in die Kommentare Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Dankeschön, bis zum Schauen Tschüss 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 Hyah Bis zum nächsten Mal.